Ich bin sozusagen jetzt fertig und bin auch sehr froh, wie es gelaufen ist und hatte ja den ersten Eindruck im Dezember von der Klinik. Der hat sich jetzt bestätigt, dass es super gelaufen ist hier und jeder einzelne Schritt hat Sinn gemacht. Man hat das selber gespürt und es gab keine unnötigen Termine, es gab akkurate Arbeit und immer wieder habe ich gemerkt, die Professionalität, wie genau und ordentlich schon gearbeitet wird. Interprime professionell, kompakt und unheimlich freundlich.